Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele heute wieder World of Tanks, es ist Wochenende und ich habe gerade schon das Video gemacht für Samstag, jetzt ist das Video für Sonntag. Ich habe die ersten drei geschafft und jetzt, also den habe ich leider verloren, aber mit dem werde ich jetzt weitermachen und probiere die nächsten vier zu spielen, sprich den T-34, den Shihuu, den Crusader und den Su-85. Wenn ich soweit komme, halte ich hier mal ein weiter, soweit ich gewonnen habe. Also dann viel Spaß. Okay und da ist der Typ T-34. Kriegen wir los! Also vorhin, für euch gestern, das habe ich mit denen ja irgendwie richtig doof gespielt. Ich hoffe ich spiele jetzt ein bisschen taktischer und ich so einfach, ah dann fahren wir da hin. da 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 ich bin schon mal alleine hier rum in der Ecke da ist sie oh hier sind ganz viele hier sind ganz viele da ging voll durch ihre Panzerung ok so Tid ist zerstört das sieht schon mal sehr gut aus für mich vielleicht nicht, auch für unser Team ah Mist nicht geschossen schnell nach vorne fahren Kritte verloren wir sind bewegungsunfähig fähig da hat irgendwie eine Kette weggeschossen hier wer war das? Mist aber es könnte ja noch gewinnen es sind nur noch zwei Gegner äh das werden wir gewinnen dennoch das ganze Leben also ich habe Aufklärer gespielt sozusagen ich bin hier rum rein gefahren und die kamen alle von da einer noch der Luchs ja gleich ist er weg der ist auch gleich down Sibi ich bin eigentlich auch Punkte für das Aufklären ich glaube schon Schaden 400 Schaden mit Hilfe aufgeklärt 5 Stücke also es gibt dafür auch Punkte so ich war ja mal richtig gut gewesen obwohl ich so früh gestorben bin die zwei waren besser gewesen und die zwei 5 beste nice gut dann würde ich mal sagen gehts in der nächste Runde viel Spaß ok wir spielen den japanischen Shinyu ein mittelschwerer Panzer dann werden wir mal schauen wie wir mit denen spielen mit denen habe ich glaube ich noch gar nichts gespielt boah ich hab's mir mal an hier vielleicht werde ich dann schneller mal kurz hier unten lang fahren keiner da hier hoch ist der Aufklären Upsa den Finger abgerutscht da sind die alle wir haben sie nicht mal angekratzt ich werde anvisiert von irgendjemand ich müsste mehr warten oh noch so einer und die sind fertig ich schaffe er es bis dahin der ging nicht durch Schiff nicht durchschlagen aber in Hunde drehen hier ah schlecht 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 aber ich hab mal wieder ein gutes Team so jetzt nur noch der Hunter der mich gekillt hat verstanden 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 oh mit denen hab ich vorangespielt ok der hat jetzt den kompletten Drehturm nice gewonnen wieder aber nicht durch meinen verschulden verschulden nicht durch meine Wenigkeit 161 Schaden wieder nur so wenig einmal getroffen und hey ich war nicht der Letzte der war auch schlechter also zwei waren schlechter als ich schlechtestes Ergebnis für mich heute kein Video angucken ok dann gehts weiter nächstes Video nächste Runde jetzt sind wir mit dem britischen Kursader unterwegs das ist ein leichter Panzer also ein Aufklärer oder Speer oder Pionier auch sowas das ist erst mal zu der Flagge fahren volltreffer wir haben sie voll erwischt los komm her wir haben sie ja die Panzerung von meinen ist nicht so gut müssen wir ein bisschen zur Seite fahren und der Schade ist auch nicht so besonders Das wird nichts, das wird nichts, die Runde wäre wahrscheinlich verlieren. Oh, der ist gut, aber der ist sehr langsam. Was macht der? Oh, das ist schlecht. Gut, der ist da. Ah, ich habe nicht getroffen. Deine Kette ist gelöst. Super, dann nimm sie kaputt. Das wird die nicht schaffen. Die Punkte sind bis dahin schon weg. Nimm schnell das A ein. Ganz schnell. Ach nee, die wollen alle Schaden machen. Und? Was müssen wir jetzt hier verlieren? Wenn keiner von euch die Flagge da einnimmt. Ja, verloren. Nee, 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 nee. Die hätte noch gewinnen können. Eine Zerstörung oder Hilfe bei Zerstörung. 3 Beschädigungen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt so gut bin. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Beste. Oder 8 Schlechteste. Also ich war schlechter wie die Hälfte. Naja, egal. Nächste Runde. Bis gleich. Und wieder mit der gleiche unterwegs. Mit den leichten Rütteln. Mr. Cusada. Oder irgendwie so. Haben wir gerade verloren. Auf geht's! Ich hoffe, dass wir diesmal gewinnen werden. Aber es wird sowieso die letzte Runde für heute sein. Also wenn ich jetzt die gewinne, ist es bei mir die Bilanz. Oh, ja, 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 ja. Noch so einer und die sind fertig. Volltreffer! Schneller Nachlagen. Nein. Also die nächste, wenn ich jetzt gewinne, ist die Bilanz von heute und gestern. 4 Spiele, 3 Siege. Aber es sieht schon mal ein bisschen schwierig aus. Wir sind schon mit einem Kill mehr im Vorsprung. Okay. Wir gehen da. Okay. Wir gehen da. Okay. Wir gehen da. Upsa. Berge gefällt uns sind. Wir haben sie voll erwischt. Sie haben unseren Benzintank getroffen. Er ging voll durch ihre Panzerung. Da schaffen wir nicht mehr. Ah, das wird ganz schwer werden. Ich glaub das schaffen wir auch wieder nicht. Ne. Der letzte. Ach, ich werde nur 3 haben. Hm, Abpraller. Ja, das sieht gut aus. Ein bisschen vorfahren. Ah, das ist gefährlich. 1 gegen 1. Ich denke mal das haben wir schon. So ist es leider. Na gut. Zwei Siege, zwei Niederlagen heute. Oder in diesem Video. Schau mal die Bewertung an. Nicht der Drittbeste. Das war 177 Punkte nur. Bei der Sterne. Ich war der Zweitbeste aus meinem Team. 1, 2, 3, 4. Ich war der 5 Beste in dem Spiel. Nicht schlecht. Na gut. Okay. Dann war es das für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.